Ich brauche Energie, 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 Energie. Ich hab irre. Ich brauche richtige Energie. Energie, Energie. Ich könnte wahnsinnig werden. Alles ist toll. Wenn ich dich so davon höre, dann tue ich mal ne Laubfläche weg. Da kriegt man ja Kotzknetzen von. Der hat wohl Hase gar nix von. Also. Sonne, Wasser und Biomasse sind Energie. Energie wird Strom. E-W-S. 0,24 Cent das Kilowatt. Ganz einfach. Mut du einfach nur ummelden und schon hast du coolen Strom. Ökostrom. Und das allerbeste ist, es ist alles selbst verwaltet. Kein Riesenkonzern. Man kann alles nachprüfen. Also Mut dir merken. E-W-S. ... ... ... ...